GZSZ-Star Ulrike Frank, ihr Beauty-Geheimnis der Schauspielerin sieht man ihr Alter absolut nicht an. Einhalb Ulrike Frank ist 50 Jahre alt und sieht einfach toll aus. Wie macht sie das nur? Zwei Halb der GZSZ-Star tanzt aktuell bei Let's Dance und hat im Interview mit Okmak der ihr Beauty-Geheimnis verraten. Einhalb Ulrike Frank ist 50 Jahre alt und sieht einfach toll aus. Wie macht sie das nur? GZSZ-Darstellerin Ulrike Frank schwebt aktuell übers Let's Dance-Parkett und ist schon jetzt der Sonnenschein der Staffel. Die Schauspielerin überzeugt aber nicht nur mit ihrer positiven Ausstrahlung, sondern auch mit ihrer Leistung. Ulrike legt sich im knallharten Training mächtig ins Zeug und kann mit ihren jüngeren Tanzkolleginnen locker mithalten. Kaum zu glauben, dass Ulrike Frank schon 50 Jahre alt ist. Wie macht sie das nur, fragt man sich da. Okmak.de hat sie ihr Beauty-Geheimnis verraten. Ulrike Frank, ist die überhaupt gealtert? Seit über 15 Jahren spielt Ulrike Frank bei GZSZ die Rolle der knallharten Geschäftsfrau Katrin Flemming. So einige Intrigen gehen auf ihr Konto. Die turbulenten Serienjahre scheinen Ulrike aber spurlos vorbeigegangen zu sein. Man sieht der Let's Dance-Teilnehmerin überhaupt nicht an, dass sie schon 50 Jahre alt ist. Verrät Ulrike Frank gegenüber Okmak.de Aber die schöne Schauspielerin plaudet auch noch ihr ganz persönliches Beauty-Rezept aus. Hält die Liebe den GZSZ-Star jung? Ulrike scheint sich nicht stressen zu lassen. Der TV-Star hat eine bewundernswerte Einstellung zum Leben, die sich mit Erfolg auf ihr Aussehen auswirkt. Dabei hilft ihr bestimmt auch Ehemann Marc Schubring. Die beiden sind seit 20 Jahren verheiratet, total happy, und für viele Paare wohl ein echtes Vorbild in Sachen Liebe. Diese Artikel könnten dich auch interessieren, Ulrike Frank bei Let's Dance, so krass reagiert GZSZ. Let's Dance-Star Ulrike Frank, so sah sie früher aus. . . . . . . . .